Hallihallo liebe Leute und ich grüße euch. Ja, es ist wieder soweit. Am kommenden Samstag, den 27.05. streamen wir Tales of Destiny weiter und werden dort unser Abenteuer mit Stan und Co. weiter fortführen. Mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Vielleicht geht es auch schon Richtung Ende. Allerdings kann ich da keine Garantie geben, dass es tatsächlich schon in diesem Stream passieren wird. Grob geschätzt könnte es passieren, aber ja, wird sich ja zeigen, wie es in dem Stream läuft. Deswegen, ja, wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr gerne dabei sein. Am 27.05.15 Uhr geht es auf jeden Fall los. Deswegen sage ich an dieser Stelle, wir hören uns dann wahrscheinlich im Stream wieder. Ansonsten werdet ihr ja die Videos sowieso sehen, falls ihr es nicht schaffen solltet, wenn sie auf YouTube landen. Also Leute, bis dahin auf Wiedersehen.